jetzt muss man Au. Wow. Unbefehl. Meine Maus ist eh nicht. Gut. Leg dich hin, ich will schlafen. Äh. Ah, guten Morgen. Tch. Naja, gut. Test 3, try to search the right way to the end. Oh mein Gott. Tch, weiß ich schon. Jetzt geh ich oben. Immer abwechseln. Wir runterkommen über die Leine. Ach du eine Güte, das macht dein... Ja, sag mir, wo ich gehen soll. Ach so, Moment. Ähm, ja, da er an die Tür wo jetzt auf geht. Ja. Sag raus. Ja. Ähm, wieder an die Tür. Äh, sag raus. Okay, ich glaub der andere Weg war doch besser. Ja. Das war doppelt die Sackgasse irgendwie. Das ist für der andere? Ja. Gut. Dann haben wir durch. Äh. Wohin? Unten. Tür. Ach so, oben entlang, ja. Gut. Also eine Tür. Und bei mir gibt's eine Lesung. Oh, nochmal. Jetzt auch. Das geht so schnell. Na da. Das Tür. Das Tür. Das Tür. Das Tür. Hm. Durch die Spinnenweben. An die Tür. Da sind zwei Türen. Die. Jo. Hm. Mensch muss auch mal alles gucken. Okay, Schatz. Ähm. Ja, an die. Weiter, weiter. Ja, da weiter hier. Nein, an anderes Lack. Ja. Ja. Ich spinne wegen. Kaut aus, links Ja, das ist richtig Ja, das ist richtig Ich bin Wilber Ich will ja das Let's Play zwar nicht strecken, aber es dauert einfach Tür Ja, geht auch nicht anders Tür rechts, links Oben Ja, da Weiter, weiter, weiter Ja Da jetzt Ja, stimmt Ja, jetzt auch weiter Tür Tür Schalter Irgendwas auf Tür auf Gut, gut, gut Wenn ich jetzt wieder hoch den entzündet nie wieder jonas ich krieg nicht ich hab gleich die zünden die Idee und dann bist du weg jonas was machst du cheater test 4 your doing so well even though you are such an ignoramus but don't worry i like you people say i've got no taste but i like you huuuhuuhuuhu ok oh ne ne jetzt muss ich den ersten machen ja du musst du komm da steht nicht passiert aber nichts ja doch bei mir fällt was auf also dann springt zu weit das man dort wo dann machen nein kein Gott das und schon wieder was war das 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 ist der Käpt'n darf Fehler machen, der Bob Nett lauf wieder rückwärts runter ich glaub bei dir hat sie was so einfach normalerweise aber sind wir normal? nein das ist nicht lustig ich sag's dir was war das? das ist lustig ich bin hier grad schon rumwuben mal wieder ich bin drüben nein oh nein wir müssen das ganze dreimal machen eh eh zweimal ja 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 aber dann müssen wir nochmal rüber und jeder muss auf die druck bleibe drüben weißt du was was ich jetzt tue ich bleibe jetzt hier ne weiter warte ich jetzt als Asch probier dass man davon zufällig dran kommt und diese wunderbare microsoft musik ja so traurig soweit joh joh hau rein schmink irgendgon! es geht auch konnte drauf stehen bleiben und die Kürbungen Kürbungen war er